Dieser Schriftzug auf dem T-Shirt gilt allerdings einer anderen Königin. Der legendären britischen Rockgruppe. Freddie Mercury rockt die Berliner mit seinem wildesten Song. Das pompöse Bühnenspektakel und die extravaganten Posen des Frontmannes bringen die Deutschlandhalle zum Tosen. Die Fans sind begeistert. Sie erleben eine der spektakulärsten Shows der Welt. Die Fans sind begeistert. Sie erleben eine der Schriftzug auf dem T-Shirt.